So, Yachtclub-Händler entdeckt. Was? Wo? Äh, auf der anderen Seite. Okay. Gut. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall mal mit Energie-Munition eindecken, auch wenn es mir widerstrebt, Munition zu kaufen. Aber das werde ich tun müssen. Und vor allem muss ich einiges verkaufen. So, was willst du? Hallo, Stranger. Ich habe genügend dabei. Was hast du anzubieten? Wieso sollte ich irgendwas davon wollen? Ich weiß nicht. Cilia kostet meistens was, was ich habe. Und Herr Pickett seht sehr interessiert. Also ich dachte, vielleicht wäre ich etwas. Herr Pickett? Franklin Pickett? Von Edgewater? Das ist er. Er war hier seit Jahren. Aber er hat immer darüber gesprochen, um zurück zu Edgewater zu gehen. Aha. Ich weiß nicht. 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 Klar, ich sehe mal nach ihm. Wenn er in Front von Pavarti ist, müssen wir wohl... Klar. So, brauchen wir auf jeden Fall Munition. So, wo soll ich suchen? So, kaufen alle. Warum soll ich das kaufen? Äh... Elf Prozent Rabatt. Schön. Verkaufen. So. Z halten, Schrott verkaufen. So, haben wir das mal weg. So, dann... Ein schicker Hut. Leichte formelle Kopfbedeckung. Interessant. Äh... Verteidigung 16. Pass auf. Ähm... Ach so, einfach eh verkaufen. So, verkaufen. Verkaufen. Weg. So, 16. Weg den Hut behalte ich. Der wiegt auch nix. Von daher können wir den behalten. Ähm... Panzer verkaufen. Verkaufen. Den verkaufen auch mal. Den 16 Helm können wir auch verkaufen. Den 21er-Helm eigentlich auch theoretisch. So, die 24er-Rüstung behalten wir. Den 24er-Helm auch. Äh... Weil ich nicht weiß, was die anderen alle für Ausrüstung gerade, ähm... mit sich rumtragen. So. Waffen. So, und dieser komische Hammer. 168 Schaden. So. Tun wir den mal weg. Kann ich mal... Schadenswert. So. Das sind die Jagdgewehr-Ultra. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Zweimal kann weg. Der Hammer kann weg. Das Ding kann auch weg. Das Ding jetzt behalten wir. Offizierswirbel. Aramid Ballistics. Essenszeit. Äh... Aramid Ballistics. So. Abgesägte Schrotflinte. Weg. Sturmgewehr-Ultra verkaufen auch. Alles muss raus. Gegenstände wird von 10.000 Bits ein Händler verkaufen. Achievement freigeschaltet. Schön. So. Sicherheitsklinge kann weg. Essenszeit behalten wir mal. Das kann auch weg. Was haben wir hier? Taktische Schrotflinte. Taktische Schrotflinte Hammersmith. Ähm... Automatikpistole. 180 Schaden kann weg. Macht viel zu wenig Schaden tatsächlich. Ähm... So. Die Pistolen behalten wir nochmal eben. Was ist das hier? Revolver weg. Leichte Pistole weg. Äh... Stoßpistole. Joch. Neuwertig. 100%. Tun wir auch weg, weil wir haben die V2 hier davon. Ähm... Plasmakarabine. Hm. Na gut. So. Kaufen. Kaufen. Okay. So. Jo, ich kann mir nochmal laufen. Hooray! Sengshuren. Well, well. Die einzige neue Leute, die ich in der Stadt sehe, sind Sublightrunner von Fallbrook. Aber du kaltest nicht wie eine von Katharinen. Was kann ich dir? Äh... Ich würde gerne handeln. All sales are final. Unless you threaten me. I'm kidding. Don't threaten me. Ah, Gott sei Dank. Ich kann die Sachen kaufen. So. So, Energiezelle. Kaufen. Klack. So. Was haben wir hier? 22, 19, 22. Okay. Ist alles... Philipp habe ich hier fortschrittlicher Helm. 36. Äh... Können wir hier noch kaufen, lustigerweise. Was haben wir hier noch? Reparieren. So. 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 Haben wir alles reparieren, bitte. Dankeschön. So. Was haben wir hier noch? Rüstungsteile, Waffenteile. So. Was haben wir hier? Werkbank. So. Äh... Tüfteln. So. Jagdpistole. Tüfteln. Deine Bits. Ach ja. Wir können dir, äh... Flammenwerfe. Wir können die Sache noch optimieren. Anti-Raptidon-Schaden. 77. 82. Ähm... Ante, möchtest du andere tüfteln? Das wird 47 Bits kosten. Annehmen. So. So, können wir den Schaden noch ein bisschen optimieren, tatsächlich. Durch Tüfteln für beste Gegenstände können maximale 5 Stufen höher als deine eigene Stufe sein. Du musst deine Charakterstufe erhöhen, um diesen Gegenstand zu tüfteln. Okay. So. Tüfteln wir da noch dran. Dann hier noch mal dran. Ach, jetzt checke ich das Spiel auch. So. Okay. Jetzt habe ich das verstanden, wenn ich die Sachen nämlich durch Tüfteln erweitere. So. Sturmgewehr Ultra. Ich probiere mal was. Ich hier jetzt tüftel. Kriege ich hier nämlich auch einiges mit Schaden noch obendrauf. Leichtes Maschinengewehr. Stufe 18. Ach, ich bin so ein Depp. Ich hätte die ganzen Sachen, die ganzen Knarren, die ich gefunden habe, hätte ich auch einfach durch Tüfteln verbessern können. Aber mit dem eh genügen Kohle. Was bedeutet... Was bedeutet... Äh... Fertigkeit, schwere Waffen, Langwaffen. Leichtes Maschinengewehr. Ähm... Weil wir so viel... Also wir machen so viel Damage nämlich. Ähm... Jetzt muss ich mal die Sachen neu ausrichten. Ja, also wir haben jetzt hier die Anti-Rapti. Hammer Smith. Ähm... Taktische Schrotflinte. Wo ist denn jetzt das andere Dingens hier? Ich habe das jetzt von den anderen optimiert. Kann das sein? Ich habe das optimiert, was die Parvati und so weiter tragen, glaube ich. Das habe ich gut gemacht. Ähm... Sturmgewehr Ultra, weil ich die anderen Sachen hier verkauft habe. Ich erinnere mich. So. Tüfteln. So. Kann ich hier auch dran tüfteln? Bestimmt, ne? So. So. Gut. Also gut. Wir kriegen da einiges an... Äh... Dingens oben drauf noch. Ah, klar. Es wird dann natürlich immer teurer. Okay. Verstanden. Aber ich habe jetzt das Prinzip verstanden letzten Endes. So. Das Problem ist jetzt... Äh... Wir machen hiermit zwar jetzt unfassbar viel Schaden. Äh... Ich habe nur... Ich bräuchte irgendwas anderes. Ungeziefer, Hammersmith, Handfeuerwaffe. Ich hätte die anderen Sachen nicht verkaufen sollen. So ein bisschen upgraden. So. Wird auch mal Zeit. Was wird Zeit, Kupuro? Dass ich meine Sachen mal upgrade. Das wird tatsächlich echt mal Zeit. Oh, dass ich die Sachen verkauft habe. So. Das und dass du wieder rennen kannst. Finde ich gut. Hallo. Ich denke, ich werde krank. Okay. Alles in Ordnung? No. Ich habe nur in einem Todesmutter. Und ich denke, ein von den Flies landet auf meine Mouth. Wenn du in die Apartment gehst, nicht in die dritte, auf der dritte. Das ist wo der Körper ist. Was? Jetzt, wenn du mich entschuldigst, ich muss nachdenken, eine heiße Schäufe. Äh. Der Körper ist in der ersten Apartment, auf der dritte. So viel Blut. Was? Was ist mit dem passiert? Opfer. Was bist du denn? Magnum. Alles stehlen. So. Ich meine, es ist ja so, der Tote braucht es ja auch nicht mehr. Es ist nicht so, als ob da, äh, rechtlich sagen wir, untersuchen. Wurfball-Wettbeleg. Dieser Wettbeleg dokumentiert einige sehr optimistische Wetten für ein Team, namens Mostly Colonists. Es wurde von Leftfield Tossball Betting ausgestellt. So. Halskette. Okay, Energiezelle. So. Untersuchen. Hastig gepackter Koffer. In diesem Koffer wurden mehrere zerlummte Sätze, Kleidung, alles von gleicher Farbe und gleichem Schnitt gestopft. Durchsuche das Apartment nach Hinweisen. Ich glaube, der wollte relativ... Ich glaube, der wollte abhauen. Und zwar relativ schnell und fluchtartig. Äh... Hat nicht ganz so gut funktioniert. Ich würde sagen, er hat die Wettschulden, wenn ich das Wettendingens hier so sehe. Hm. So, das ist ein Verkaufsautomat. Ja. Äh... So. Energiezelle. Klack. Verkaufen die Zeich immer wieder? Ne. Leider nicht. Schade. Äh... Ich brauche mehr Energiemunition. Also, ich liebe mit der Knarre rumlaufen. Die ist cooler. Okay. Die pennt. Die kann ich da nicht wecken. Aber ist ganz gut. Wenn die pennt, dann kann ich alles klauen. So. Ist... Dann nehme ich nicht so, als wäre hier irgendwas Kritisches. So. An Nandy S. Guten Tag. Ich störe nur ungern, aber aus der Wohnung über mir strömt ein fauliger Geruch. Ich weiß nicht, was Seele da oben macht, aber sie arbeitet für dich. Nicht wahr? Könntest du vielleicht mit ihr darüber sprechen? Andros L. Isaac, kannst du bitte deine Fenster schließen? Wie ich bereits zu erklären versucht habe, können geöffnete Fenster, insbesondere wenn Essen in der Nähe ist, Mantischwärme anlocken. Und ein Mantischwärmebefall ist ein Problem für uns alle. An Hecht B. Braxton. Ich weiß, du bist Tag und Nacht unterwegs. Das weiß ich, weil ich dich zu jeder erdenklichen Uhrzeit kommen oder gehen höre. Haha. Aber vielleicht könntest du versuchen, deine Tür etwas leiser zu schließen. Ich habe angeschlagene Nerven und jedes Mal, wenn ich deine Türe knallen höre, befürchte ich schon ein zweites Amber Hates. Okay. Oh. Hallo. Ja, immer doch. Ich bin der totale Kammerjäger. Ich habe alles platt gemacht da draußen schon. So, was macht ihr denn da oben jetzt eigentlich? Huckelt das Spiel gerade? Nee. Was haben wir hier? Oh, hi. Oh, du hast mich überrascht. Nicht auf einer Person wie so, hm? Was? So, ich wollte euch nicht erschrecken. Bin schon weg. Hast du irgendwas Wertvolles zum Klauen? Nö, dann bist du nicht interessant für mich. Auf Botengang. Bring ein Care-Paket zu den Massas in den alten Ruinen südlich von Stellar Bay. Bin bald wieder da. Laura, ich weiß, dass du das liest. Halte dich aus meinen Angelegenheiten raus. Alles ist spüren. Ich werde es einfach nehmen, okay? Ja, ja, okay. Alles gut. So. Ich finde es toll, dass dir das absolut null juckt, wenn du... Uh, la, la. Inferno-Sense. Die Entscheidung. So. Ich muss ja sagen, ich mag das Hacken hier und alles. Das Problem ist nur immer... Passt mal auf. Klack. 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 Die sehen mich nicht. Haha. Das ist total cool. Dass das funktioniert. So. So, alles sauber. Es war nichts. Ich gehe wieder, ne? Alles gut. Wir haben alles geschafft. So. Was haben wir hier? Es gibt noch keine Energie-Munition. Und hier gibt es auch keine Energie-Munition. So, Schrott verkaufen. Hatten wir nichts mehr. So. Tatatam. Bewohner. Ja, ja. Das habe ich gesehen. So. Werkbank. Da wollte ich her. So. Uh, was haben wir hier? Untersuchen. Zengs-To-Do-Liste. Tote Mantischwärme aus Luftfeldern pulen. Dichtungen kaufen. Nicht von Sebastian. Die letzten sahen aus, als wären sie von einem Raptor verdaut worden. Fischöl von Velma holen. Catherine zum Umnachschub bitten. Sanja wegen Mauer-Nerven. So, Inferno-Send. Pass mal auf. Ganz kurz. Wir müssen uns eine Sache prüfen. Wir machen hier 340 Schaden. Stufe 18. Das Ding ist Stufe 14. Ähm. Verbrennen. Wir sind alle molekuläre Maschinen. Der Körper ist eine Kollektion von Atomen. Der Mauer ist eine Konsequenz von chemischen Reaktionen. Ich finde diese Inferno-Send ist einfach nur geil. Unsere Leben sind vor einem Weg, der nur in Retrospekt vorliegt ist. Das Leben ist fettet. Und unstoppabel. Sehr gut. Aha. Können wir noch einen Erdbeeren, Herr Nandi? Nur sicher, dass es richtig logiert ist. Ich werde es neben den anderen, Herr. Okay. Hallo. Well. New business turns up at last. Mhm. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the loins? You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Äh, was? Nein, du hast ein Meeting mit mir. Das ist sehr großzügig. Ich suche eigentlich nur nach dem Informationshändler. Bitte. Ich hab mich selbst geschickt. Ich geh dorthin, wo es mir beliebt. Hiram? Why, he's probably still out at Devil's Peak. Not that he's had the courtesy to notify me, at any rate. But, if you're here for him, I suppose that means you aren't here for Saltuna. Äh, was? Hey, es könnte noch beides sein. Ich fürchte nicht. Wenn ich noch ein einziges weiteres, als Essen getarntes Forschungsprojekt dieser Sprattverficktenkolonie essen muss, ersteche ich wen. Wenn ich noch ein einziges weiteres, als Essen getarntes Forschungsprojekt dieser Sprattverficktenkolonie essen muss, ersteche ich wen. Okay. Ja, das ist es. Channel, deine Angst. Ich wünsche nur, dass ich das gleiche machen könnte. Seems like you're having a rough time, Mr. Sanjar. Are you doing quite all right? Oh, don't worry on my account. This is merely the latest in a long line of professional, erotic and athletic disappointments. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. So, was genau hoffst du zu erreichen? Wenn du nicht mehr in die anderen Konzerne gebunden bist, wieso willst du sie zurückholen? Das hört sich nach einer Privatsache an. Ich hab was anderes zu tun. So, was genau hoffst du zu erreichen? Danks der sogenannten Hazard-Klaus, Monarch hat jetzt von den Ressourcen und Schutz vor zehn Jahren gebrochen worden. Wir haben uns selbst in Business gehalten, indem wir mit individuellen Corporations betrachten, Hauen und zusammenkratzen, ja? Hört sich an, als ob du frei als irgendjemand sonst ein Helikon bist. Wieso nimmst du das nicht einfach so, wie es ist? So. Ja. Ja. Ja, Freiheit ist ein teueres Ideal, aber ein ziemlich kostlicher Paramore. Exakt. Intellektualismus fülle den Train um die Zukunft der Menschheit. Aber die Straßen, die der Train läuft, sind aus der Praktikalität gebrochen worden. Herr Vicar, ich will nicht schuld sein, aber ich glaube nicht, dass das nichts bedeutet. Ja. Es ist, als ob der gute Vicar die ganzen Worte aus meinem Gehirn plackt hat. Was? Ein gutes Argument. Was willst du dagegen unternehmen? Das ist die Antwort eines Feiglings. Aha. Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. Returning to the board is your only chance, if you hope to survive here on Monarch. That doesn't mean it'll be easily achievable. Hm. Indeed not. No worthwhile plan was ever simple. That's what I always say. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. Das klingt gut. Die Lady weiß, wie der Hasse läuft. Genug vorgeplänkel. Wie sieht der Plan aus? Es ist wahr. Our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach. And the first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Er scheint ein kleines Raptoren-Problem, ne, Raptiton-Problem zu haben. Schön und gut, aber wie willst du das anstellen? Wie lange hast du gebraucht, um auf die Idee zu kommen, dass eure Stadt verteidigt werden muss? Es ist schon manchmal, es ist schon manchmal sehr, ich würde manchmal echt gerne dieses Dingens machen. Klar, da draußen ist die Hölle los. Wie kamst du drauf, dass du vielleicht keine Verteidigung brauchst? Ich finde das immer sehr lustig. So. Habt ihr noch ein Problem? Eine Masse? Dieses Bolt 52 klingt praktisch. Was ist das? Das ist ein Halcyon. Eine extrem körperliche Ordnung. Aha. Intelligenz. Eins. Also sprichst du von... Ich bin nicht intelligent genug dafür. Schade. Ähm. Sprichst du von einer Feder? Hm. Okay, wo kann ich es finden? Wenn du das Bolt 52 hast, was ist dann der andere Teil deines Plans? Ich brauche, ein paar supplementale Materialien zu holen. Aber ich muss mich nicht vorbeigehen. Du hast das oft gemacht. Der Bolt 52 wird in der alten Arms-Bildung in den Südwesten der Stadt. Das war ein Teil der Stellar Bay, bevor wir unsere Wände in移ern mussten. Und diese Tage ist es mit Maraudern und Raptadons. Hm. Dann schaue ich mal, was ich so finde. Dann hole ich mal dein Bolt 52. Bevor ich gehe, muss ich noch ein paar Fragen stellen. Was kann ich für dich machen? Ich habe Fragen zur MSI und der guten alten Zeit. Dann ist es gut, dass ich solche meticulöse Noten habe. Wieso wurde MSI überhaupt aus dem Vorstand geworfen? Ich habe mich das gleiche Mal gefragt. Es ist besonders, dass die legalen Mechanismen, die wir umgebracht haben, Teil der eigenen Auflösung waren. Meinst du, dass ihr euren eigenen Ausschluss herbeigeführt habt? Eile mit Weile, Sir. Darum kann man keinen Konzernen und sogenannten Satzungen trauen. Hm. Nicht intentionell, obwohl das technisch wahr ist. Seit vielen Jahren war dieser Planet zu so vielen Kooperationen wie Terra 2. Aber damals war es als Terra 1. Ich verstehe. Der Vorstand hat seine besten Leute eingesetzt. Okay. Okay, was mit anderen Konzernen passiert? Wie ihr vielleicht notiert habt, dieser Planet hat mehr als ihre Ausgaben. Ja. Und als die anderen Kooperationen begannen, ihre Laufungen zu beurteilen, haben sie entschieden, sie rauszuholen. So, hört sich vernünftig an. Aber nicht MSI, was? Unsere Liederschaft hatte damals sicherlich auch. Und wie hat das funktioniert? Die meisten regarden Monarch als eine loste Grund. Aber es gab andere von uns, die eine Möglichkeit sahen. Die Chance, die Arbeitszeit und Konditionen zu verbessern, um MSI aus dem Grunde zu reformieren. Oh. Reformen sind was für Versager. Ja, nein, wie progressiv von euch. Okay, ich mag die. Ich hoffe, dass ihr sie gut trittet, ob es gut ist oder nicht, Herr Sanjar. Das bedeutet, was in einer Gemeinschaft bedeutet. Tritt Leute richtig, weil es das richtige, was zu tun. Miss Holcomb ist unsere endlessly optimistische Crew-Hand. Es ist gut für den Kaptein's Moral. Ein nobeler Gefühl, Miss Holcomb. Unfortunately, nobeler Gedanken sind rarely Sway-Board-Policy. Anyway, wir lernen von einer Lüphol in den Corporate-Beilahmen, die MSI ermöglicht, dass die gesamte Planung der gesamten Planeten, wenn die anderen Corporations rauskriegen sind. Das kreieren, die perfekte Umgebung für uns, diese neue Reformen zu erzeugen. Ich nehme an, deine Bosse waren von, äh, von deiner Idee nicht so angetan, um den Vorschwimmel in sein eigenes Mittel zu schlagen. Clever! Ich höre dauernd uns und wir. Wer soll das sein? Hm. Ich mach das immer mit den Bossen. Nein. Sie haben in unseren Fällen geschlafen. Und haben gesagt, dass wir uns wieder auf Terra 2 relocieren würden, zusammen mit allen anderen. Doch ihr seid noch hier. Ich hoffe, ihr habt ihnen gesagt, wo sie sich die Idee hinschieben können. Und du hast wohl die Abfahrt verpasst. Hm. Ja, einige von uns standen hinterher und als der größte Senior-Exekutiv-Rummeinung kam ich in charge des MSI, was verlassen wurde. Ich habe mit unseren planlichen Reformen und unserer Strategie, um die Gernigkeit des Planeten zu erzeugen. Doch nicht lange nachdem ich es als Monarch genannt habe, haben die anderen Corporations uns aus dem Board und haben eine offizielle Kampagne begonnen, um uns als leugliche Savages zu erzeugen. Aha. Das ist mies. Sogar für die. Wieso haben sie das getan? Äh. Hm. Ich glaube nicht, dass ich nicht wusste, wie weit sie stupt. Alles, was wir getan haben, war legal und über dem Board. Wir folgten ihre Regeln. Und zwar haben sie noch immer Reise gefunden, um uns auslösen zu erzeugen. Ich glaube, dass es etwas in einem gewährlichen Körper wie dem Board gibt. Es ist etwas, das uns aus Anarchie hält, aber ich wünsche, dass es anders funktionieren kann. So. Was ist die Gefahrenklausel? Wieso willst du zurück in den Vorstand? Warum nicht niemand? Sie haben fast alle die Ressourcen und Infrastruktur in Halcyon. Ohne das Board würde Chaos das System übernehmen. Working within the established order isn't a principle to snub one's nose act, Captain. To be on the board is to be part of the colonial community. Aber er kann es immer noch seinen schönen Anzug übrigens leisten. Die haben dich nicht mit Samton schon angefasst. Ist es das wert, zurückzukehren? Ich finde eine praktische Einstellung nicht verkehrt. Hm. Das ist eigentlich auch richtig hier. Druckmittel? Freut mich, freut mich für dich. Zwinge sie an den Verhandlungstisch. Aber sei vorsichtig, der Vorstand versteht keinen Spaß. Das glaube ich weiß er schon. Was für ein Druckmittel? So, was ist die Gefahrenklausel? So, und das hat man auf Monarch angewandt. Du klingst skeptisch. Hallo Storage Girl, schönen guten Abend. Hallo. Ja, ich finde die praktische Einstellung nicht verkehrt. Ich finde die praktische Einstellung nicht verkehrt. So, freut mich. Zwingen sie an den Verhandlungstisch. Ich habe herausgefunden, es ist viel einfacher zu negatieren für meine Position der Macht. Und ich meine nicht zu lassen, MSI oder ihre Leute zu verabschieden. Meine Hoffnung ist, dass wir die Reformen wir hier verabschieden. Und, wer weiß, vielleicht, wenn wir uns verabschieden, können wir sie zu anderen Unternehmen verabschieden. Was können wir für dich machen? Und, wer weiß, vielleicht, wenn wir uns verabschieden, können wir uns verabschieden.